Ein endloser Kreislauf aus Leben und Sterben. Ein ewiger Kreislauf, in welchem der Gegenstand keinen wirklichen Ursprung mehr hat. Wo liegt der Ursprung all diesen Leids? Eine Linie ohne Anfang und Ende. Ein unendlicher Kreis. Hast du schon mal was von dem 33 Jahre Zyklus gehört? Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Aber alle 33 Jahre ist alles wieder genauso wie es war. Wir töteten einfach 33 Schafe. Lieber Jonas, wenn du das liest, ist alles bereits unwiederbringlich geschehen. Es kann nicht mehr geändert werden. Wo haben die Dinge begonnen? Ich bin du. Ich bin du. Ich habe alles erlebt. Ich bin du. Ich glaube, ich verrückse mich. Das habe ich schon mal gesagt. Es gibt eine Möglichkeit, das alles zu stoppen, wenn ich den Anfang stoppe. Ist das jetzt die Apokalypse? Ist das jetzt die Apokalypse? Von mir. Schon ein bisschen enttäuschend. Schon ein bisschen enttäuschend. Wer kann sagen, wo der Anfang liegt? Entscheidungen, die wir in dieser Welt treffen, sind andere. Gibt es überhaupt Anfang und Ende? Und trotzdem laufen sie auf den gleichen Moment zu. Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit. Sondern aus welcher Welt. Die Zeit treibt ein grausames Spiel. Ich will, dass du Ulrich fertig machst. Ich will, dass du Charlotte fertig machst. Doch die Wahrheit ist es. Gibt nur einen Weg durch alle Zeiten. Der Anfang ist das Ende. Warum sterben wir? Und das Ende ist der Anfang. Ist der Zeitpunkt unseres Abschieds vorherbestimmt? Solange der Knoten existiert. Sind wir in beiden Welten dazu verdammt, jedes Leid auf ein neues zu empfinden und auszulösen? Vorherbestimmt. Durch den Anfang und das Ende. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Wir sind nicht frei in dem, was wir tun. Weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Wir sind nicht frei in dem, was wir tun. Weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Der Mensch ist ein eigenartiges Geschöpf. All sein Handeln ist motiviert aus Verlangen. Ich habe dir gesagt, dass alle Spielsteine auf ihrer Position sind. Alles, was es braucht, ist ein kleiner Schubs. Du hast mich belogen! Warum willst du, dass die Zukunft wieder genauso passiert? Weil das, was heute entsteht, der Anfang vom Ende ist. Jede Reise hat einen Anfang. Aber deine hat kein Ende. Der Anfang und das Ende. Ich habe mir eine seltsame Vorstellung, dass beides das Gleiche sein soll. Sigmundus Creatus Est. Eine perfekte Welt. Sigmundus Creatus Est. Ich bin hier, damit deine Reise endlich ein Ende findet. Manchen Schmerz vergisst man nicht. Das Paradies ist frei. Ist frei. Du lässt diesen Herd dein Leben lang mitgefahren. Das Paradies ist frei. Von Schmerz und Leid. Von Schmerz und Leid. Von Schmerz und Leid. Das ist in etlichen Male passiert. Es beginnt. Ohne eine dritte Dimension ist nichts vollkommen. Eure beiden Welten hätten niemals existieren dürfen. Du und Eva. Ihr. Hättet niemals existieren dürfen. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ein Fehler in der Matrix. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu oder so. Ich gehe mir lieber. Ein Fehler in der Matrix. Wenn die Welt eine Simulation ist, dann ist ein Déjà-vu ein Fehler in der Matrix. Oder eine Botschaft aus dem Jenseits. Oder eine Botschaft aus dem Jenseits. Ich finde, wir beide passen perfekt zusammen. Ich denke nie etwas anderes. Wir passen perfekt zusammen. Ich glaube nie etwas anderes. Was? A quiet life. For me. A quiet life. Ich bin einiger. Ich bin einiger. Ich bin einiger. Ich bin einiger. Vielen Dank.